Gio Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal, was zuvor geschah. Wir sind dabei, weitere Sidequests zu erledigen, als unser Spielstand sich komplett von uns verabschiedet. Könnten wir es retten? Ja, genau. So, Zeit für diese Questreihe. Tech Researcher. Das geht zu weit. Die Epidemie muss aufgehalten werden. Hey, du musst mir helfen, ich brauche Samples. Collect one Empty Sample. Okay, habe ich. Das ist leer. Lass uns das auffüllen. Zombie Blut. Hatte nämlich eine Location. Damals bei Dingens. Wo? Ja, genau. Hier bei dem Dorf hatte ich mir doch was gemerkt. What the fuck? Ist das das jetzt hier? Und ich glaube, damals konnten wir da nicht runter. Wait, what? Okay, das war jetzt... What the frick? Okay, das... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist doch nicht der Secret Entrance jetzt, oder was? Das ist einfach ein Unterwasser Cave. Hä? What the fuck? Digga, ich wollte doch nur den Unterwasser Dingens haben. Äh, also den, äh, Sua Dingens. Wer hat der denn gedacht, dass ich jetzt einen Dungeon finde, oder was? Oh, ist echt cool. Ref ready to level up. Sehr schön. Hä, wie cool, aber... Und schon wieder eine neue Mechanic, ne? Wo? Ey, wie mega geil ist das bitte. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind überhaupt, oder wo wir lang müssen. Oh, ja, aber wie geil. Was ist das hier? Ist das hier jetzt schon das Ende? Hier, weil hier scheinen irgendwie vier Truhen zu sein. Oder drei Truhen. Aber jetzt nochmal... Ref, da. Hä? Wie cool. Aber ich will den trotzdem jetzt den, äh, Unterwassereingang von, ähm, den Suan finden. Weil ich möchte wissen, wo da das legitte Ding ist. Oha! Running? Achso, weil ich unter Wasser ja renne. Trotzdem ein bisschen makaber, dass das geht. Hm. Und da war ich. War ich da. Auch Sarkasse, ne? Ja. Also einfach jetzt nur so eine optionale Dingens, wo man ein paar Truhen findet, oder? Gibt es hier actually noch was? Ist ja Eingang. Aber scheint, als wär's das schon, ne? Ich guck' ich guck' noch mal. Zumindest seh' ich hier keinen, äh, ... weiteren Weg. Nur ein paar Truhen halt. Aber, ja. Das ist halt dann... ...rede wert. Äh, gut aus. Aha, aber echt cool. Guck mal, da geht's halt noch weiter, aber das ist halt das Ding... ...in diesen drei Truhen hier, ne? Ja, ne, ist doch nicht, dass man hier irgendwie hoch kann, oder so. Äh, ja, okay. So. Ja, genau. Hier und jetzt... ...hier runter. Wie viel andere? Arrow-Insel. Ah. Toll. Achso. Falsch. Nu? Was hat mir das jetzt gebracht? Können. Hier ist... Achso. Ich wollt grad sagen... Ich wollt grad sagen, man kann da durch, aber ne, das passt schon. Äh? Und was ist das jetzt hier? Ja, da ist der Secret-Eingang. Ja, und das? Äh, beziehungsweise und jetzt? Was bringt mir das? Jetzt sind wir wieder quasi... Höh? Wieso war ich hier noch nicht drin? Server-Passwort-Overworld? Lol, was? Lol. Okay. Hä? Drainer-Zombie-T2. Oh mein Gott. Wieso ist hier ne komplett neue Area von dem... ...von der Kanalisation, die wir noch nie gesehen haben? Oh mein Gott. Äh, da sollten wir übrigens auf Range bleiben, weil der Typ ist anscheinend echt guckt. Junge, wie krass. Ich dachte, wir haben hier ja alles schon Gedingens, aber nö. Und das ist einfach Server-Passwort der Overworld. Da fehlt uns tatsächlich dann nur noch eins. Achievement unlocked? Wow, hä, was geht denn jetzt ab alles, man? Was haben wir denn jetzt bekommen? Also erstmal haben wir den... Da. Monster-Kill. Kill every existing type of Super-Zombie at least once. Nice, okay. King of Nature. Climb on the very top point of the Mossy Mountains. Ja, get on the top of the castle gathering and altering from the past. Das haben wir doch auch schon geholt. Man and Ninja, get inside of the victory. Ja, okay, dann die drei hätten wir eigentlich schon haben müssen. Aber dann hat das Achievement bei uns gebackt. I had travel in the Metro Station. Okay. Äh, warte mal, hab ich das jetzt, äh, was... Wo war das mit dem Arrowhead? Und da... Right hidden underwater sewer entrance. Okay. Aber dann gucken wir uns jetzt natürlich hier nochmal um. Ist ja klar. Weil wenn das hier neu ist... Soll was? Ah. Da gibt's schon mal nix für uns. Ja, cool. Dann haben wir jetzt auch den letzten Super-Zombie tatsächlich gefunden. Per Zufall, witzigerweise. Gucke ich nochmal ganz kurz, was... Okay, hier ist das dann schon zu Ende. Okay, also ist gar nicht mal so groß hier die Area. Und es gibt uns immer noch keinen Aufschluss über die letzte Dingens, ne? Das gibt's doch nicht. Und hier kommen wir zu den normalen Swords. Die wir schon kennen wahrscheinlich, ne? Ja. Stimmt, hier waren wir doch auch mal, ne? Stimmt. Warte mal, hier können wir doch jetzt mit den Dingens hoch. Das ging ja damals auch nicht. Warte mal, das, äh, möchte ich auch nochmal ganz kurz testen. Was hier nochmal war. Wird ja auch seinen Grund haben, oder? Big X, Quest-Item, lol. Okay. War gut, dass wir hier nochmal waren. Aber die Kanalisation ist echt ein Rätsel für mich. Bin mir sicher, dass wir dann einfach irgendwo einen Schalter übersehen haben. Oder so, für den, äh, letzten Part. Also ja, wir müssen quasi immer nur die Zombies killen. Und dann kriegen wir von selbst diese Samples. Und ich bin mir sicher, dass er locker jetzt von jedem Zombie das haben will. Oder zumindest von den so Special-Zombies, die immer zwischendurch spawnen. Rip of Blood. Mal gucken. Äh, das ist nicht genug. Ich brauche ein Sample von einem Mutanten, äh, Zombie. Wilden Zombie. Check one Special-Infected-Plot-Sample. Haben wir denn unser... Ah ja, wir haben unser Sample wieder. Das ist immer noch genug. Von einem Real-Mutant-Zombie. Äh, warte, was? Real-Mutant-Zombie? Was soll das sein? Achso, Super-Zombie. Äh, das ist der erste Hinweis. Jetzt brauche ich ein... Erosive-Sample to spot their weakness? Ah, Acid-Sample von dieser grünen Säure. Ja, das ist es. In der Lower-Tier... Also, die Lower-Tier hat keine Chance mehr. Super-Mutanten sind immer noch immun dagegen. Ach, noch mehr mutierte Sachen. Ich brauche... Reines Wasser. I forgot that, but maybe it comes from the underground. I need dirty water. Jetzt müssen wir das Super-Wasser holen. Alter, diese Quest, man. Äh, healthy caring stuff. Antibiotika will the most important part. Aber die Antibiotika haben wir doch schon, oder? Ja. Äh, less pain would be fortunate when curing any painkillers. Das haben wir doch auch noch. Yay, da sind in letzter Zeit sehr viele grammatikalische Fehler im Chat. Naja. Äh, Chemical Scoot, but not trying to depart. Aussie Mountain. Äh. Most... Ah, haben wir auch. Oh, nice. Injection Tools? Bitte die zwei Syringes. Jawoll. Geil. Gut, dass wir das alle schon haben. Äh, ich brauche... Ich muss wissen, wie ich den Super... Die Super-Becurial-Dings da booster kill. Mutant Sample. Ultimatives Mutant Sample. Tier 3. Super-Zombie. Ich glaube, haben wir den schon mal gesehen? Gott, ey. Guck mal. Der Sprung ist doch nicht so schwer. Ich glaube, das ist halb so wild. Das ist halb so wild. Das kriegen wir wieder hin. Der eine Sprung ist halt der asozialste da, mit dem um die Ecke springen. Der hier geht eigentlich voll. Ja, ja. Digga, jetzt reicht es aber mal. Bitte. Mein Gott. Peace. Boah. Dankeschön. Das war ein heftiges Achievement. Meine Güte, ey. Gut. Fully skilled haben wir noch nicht. Win something in deck 10.000. Nicht ja gar nicht. Was ist das? Bad Travel können wir auch noch nicht machen. Aber ich habe das. schon. Vielen Dank.